Es ist die größte christliche Gemeinschaft im ganzen Nahen Osten, die Christen in Ägypten. Und in den 2000 Jahren, die sie schon existieren, da schwankte ihr Zustand immer zwischen Toleranz und Verfolgung. Wie ihre Geschichte ist, wie sie wurden, was sie sind und wie der Zustand heute ist, das erfahrt ihr in diesem Video. In Ägypten leben heute zwischen 5 und 20 Millionen Christen. Das weiß keiner so genau. Niemand weiß, wie viele Christen es eigentlich gibt. Die Regierung hat keine offiziellen Zahlen und es ist immer schwierig zu sagen, selbst wenn es Umfragen gibt, wie viele Christen wirklich antworten und angeben, dass sie Christen sind. Denn, und daraufhin wir in diesem Video auch nochmal eingehen, die Situation der Christen, was Verfolgung angeht und Unterdrückung, die ist auch heute leider nicht die beste. Und deswegen ist es auch immer die Frage, wie viele Leute überhaupt angeben würden, dass sie Christen sind. Also, man weiß etwa, dass es die größte im Nahen Osten ist, da ist man sich relativ sicher, aber das kann man sich gleich zu Anfang merken, keiner weiß genau, wie viele Christen in Ägypten leben. Wie gesagt, Schwankungen zwischen 5 und 20 Millionen, was auch in etwa zwischen 5 und 20 Prozent der Gesamtbevölkerung bedeuten würde. Die ägyptischen Christen werden auch oft als Kopten bezeichnet. Das ist richtig, aber auch nicht ganz richtig gleichzeitig. Denn als Kopten werden die Anhänger der koptischen Kirche bezeichnet, beziehungsweise der koptischen Kirchen. Es gibt auch noch andere Christen in Ägypten, natürlich, also auch Katholiken und Protestanten und so weiter. Aber Kopten sind eindeutig die größte Gruppe. Und zwar Angehörige der koptisch-orthodoxen Kirche. Es gibt auch noch die koptisch-katholische Kirche, aber die ist relativ klein. Also, wir können uns merken, nicht alle Christen in Ägypten sind Kopten, aber die koptischen Christen, das sind die, von denen meistens die Rede ist, wenn über das Christentum in Ägypten gesprochen wird. Das ist die größte Kirche in Ägypten, die den allergrößten Anteil aller gläubigen Christen einnimmt. Und es ist auch die Kirche, die, sage ich mal, die Geschichte der ägyptischen Christen am meisten geprägt hat. Der Begriff koptisch, der ist tatsächlich uralt. Und es ist ein sehr alter Begriff für die Einwohner Ägyptens. Der geht schon bis in die vorchristliche Zeit zurück. Und die koptische Sprache, das ist eine eigene Sprache, das ist nicht Arabisch, was von den Kopten gesprochen wird. Koptisch ist letztendlich eine Weiterführung der altegyptischen Schriften und Sprachen. Also, koptisch basiert direkt auf dem sogenannten Demotischen. Und das Demotisch hat sich aus dem Spätegyptischen entwickelt, was in Hieroglyphen geschrieben wurde und was noch von Pharaonen gesprochen wurde. Also, wir sehen koptisch als Sprache und dementsprechend auch ein großer Teil der koptischen Kultur, der reicht wirklich bis in die Antike zurück, bis in die Zeit des jüngeren Königreichs der ägyptischen Pharaonen. Und das ist auch der Grund, warum die Kopten, die koptischen Christen, sich als die eigentlichen Ureinwohner Ägyptens sehen, die lange, lange vor der Islamisierung des Landes schon dort lebten. Die Geschichte des Christentums in Ägypten, die beginnt kurz nach dem Tod von Christus. Also, so irgendwie etwa Mitte des ersten Jahrhunderts, kann man es grob zusammenfassen. Keiner weiß genau, wann Jesus gekreuzigt wurde. Manche sagen im Jahre 37, im Jahre 40. Ist auch relativ egal. Auf jeden Fall, kurz nachdem Jesus, wie es die Christen glauben, am Kreuz starb in Jerusalem auf Golgatha, da ist der Evangelist Markus, also der, der eines der vier Evangelien in der Bibel geschrieben hat, der ist nach Ägypten ausgewandert, nach Alexandria. Alexandria, das muss man dazu sagen, war eine sehr griechisch geprägte Stadt. Also Alexandria, gegründet von Alexander dem Großen, wie der Name schon sagt, das war ein Zentrum der griechischen Gelehrsamkeit und der griechischen Kultur. Also Philosophen, Wissenschaftler und so weiter. Das war alles in Alexandria. Und dort hat der Evangelist Markus so die erste christliche Gemeinde in Ägypten gegründet. Wahrscheinlich so ums Jahre 40 oder 50. Also kann man sagen, die Christen in Ägypten haben schon eine knapp 2000-jährige Geschichte hinter sich. Diese Gemeinde in Alexandria hatte immer ein ganz, ganz hohes Ansehen innerhalb der christlichen Welt. Und sie galt zeitweise nach der christlichen Gemeinde in Rom als die wichtigste und ehrwürdigste der ganzen Welt. Das ägyptische Christentum ist auch für sehr, sehr viele Gelehrte aus dem frühen Christentum verantwortlich. Unter anderem Origenes und andere, der mir jetzt gerade nicht einfallen. Und auch ganz wichtig für, sag ich mal, die christliche Theologie und die christliche Lebenspraxis, die Idee von Mönchen, also von Männern, die ihr ganzes Leben dem Christentum widmen, aber nicht Priester sind und die in abgetrennten Gemeinden, also in Klöstern leben, die wurde in Ägypten erfunden. Und da entstanden auch die ersten Mönche, also der heilige Antonius, den man aus der mittelalterlichen Kunst kennt, wie er von Dämonen beim Beten verführt werden sollte. Der heilige Antonius war ein ägyptischer Christ. Und auch die ersten Klöster entstanden in Ägypten. Unter anderem auch das heute noch älteste Kloster der Welt, das Katharinenkloster auf dem Sinai. Das steht immer noch und zwar seit eineinhalbtausend Jahren. Das wurde Mitte des sechsten Jahrhunderts dort gebaut und man kann es heute noch besichtigen. Kann ich übrigens groß empfehlen, macht das mal. Die Mehrheit der Bevölkerung in Ägypten war also lange Zeit christlich und blieb es auch. Bis zu einem Ereignis, dass das Ganze alles ändern sollte. Langsam, aber es sollte es ändern. Nämlich die Eroberung durch die arabischen Muslime oder die muslimischen Araber, wie man es nennen möchte, im Jahre 641. Damit haben die Christen, sag ich mal, die Herrschaft über Ägypten verloren, aber nicht die Bevölkerungsmehrheit. Das kam erst irgendwann dann im Hochmittelalter, manche sagen im 12. Jahrhundert, manche im 14. Jahrhundert. Aber auf jeden Fall, bis dahin waren die Christen noch in der Mehrzahl, aber die Herrscher waren Muslime. Und ab da gab es immer wieder abwechselnd, sag ich mal, Epochen der Unterdrückung der Christen, aber auch der Toleranz gegenüber den Christen. Im Allgemeinen waren sie Schutzbefohlene, Dimmis, das habt ihr vielleicht schon in meinem Video über die Juden im Osmanischen Reich gehört. Sie waren also Bürger zweiter Klasse. Sie waren von bestimmten Rechten ausgenommen, also zum Beispiel durften sie nicht ins Militär, sie mussten sich gegenüber den Muslimen zurückhaltend verhalten und sie mussten eine Sondersteuer zahlen, eine Kopfsteuer, die sie berechtigt, dass sie letztendlich von den Machthabern, den muslimischen, geschützt wurden. Es kamen auch immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen, dass Kirchen zerstört wurden oder Klöster zerstört wurden und auch zu Zwangsbekehrungen, also dass Menschen, die den christlichen Glauben haben, durch Gewalt gezwungen wurden, Muslime zu werden. Das war nicht immer der Fall, aber es war auch der Fall. Kann man leider nicht verheimlichen, unschöner Teil der Geschichte. Die Situation wurde dann langsam besser im Osmanischen Reich. Ägypten war ab 1517, wenn ich mich recht erinnere, Teil des Osmanischen Reichs, als die Osmanen letztendlich den ganzen Nahen Osten erobert haben, von den ägyptischen Mamluken. Die Osmanen setzten im frühen 19. Jahrhundert einen Gouverneur ein, einen Stadthalter, der Albaner war, albanischer Osmaner und sein Name war Mohammed Ali, wie der berühmte Boxer auch. Mohammed Ali, der sollte Ägypten wieder, sag ich mal, aufbauen, nachdem die Franzosen es lange Zeit besetzt hatten. Napoleon vor den Pyramiden, ihr erinnert euch vielleicht. Auf jeden Fall, Mohammed Ali hat Ägypten modernisiert und hatte irgendwann dann auch genug davon, dass er irgendwie nur ein Angestellter des Sultans in Konstantinopel ist und hat dann gegen den Sultan rebelliert und Krieg geführt. Und zwar zweimal. Und Mohammed Ali aus Ägypten oder aus Albanien und Herrscher von Ägypten war aber so erfolgreich, dass er durch den Nahen Osten marschiert ist und mit seiner Armee sogar Konstantinopel bedrohte im 19. Jahrhundert. Musste jedes Mal wieder sich zurückziehen, als die Europäer eingegriffen haben, weil sie nicht wollten, dass das Osmanische Reich zerschlagen wird. Und auf jeden Fall, Mohammed Ali hat viele dieser Benachteiligungen der Christen formal aufgehoben. Also sie mussten keine Kopfsteuer mehr zahlen, sie durften Militärdienst leisten und so weiter. Das bedeutet nicht, dass ab jetzt die Christen auch im praktischen Leben den Muslimen gleichgestellt waren. Aber es war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man es so sagen möchte. Ein Jahrhundert später, nämlich in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, da war Ägypten regiert von einem ehemaligen Offizier namens Gamal Abdel Nasser, einer der berühmtesten arabischen Führungsgestalten des 20. Jahrhunderts. Und er war Anhänger des sogenannten Pan-Arabismus. Also nicht wie heute manche Ideologen möchten, dass die ganze arabische Welt sich unter dem Banner des Islams versammelt und der Islam das beherrschende Identifikationsmerkmal der Menschen wird, sondern Nasser wollte, dass die arabischen Völker, egal welche Religion, sich zusammenschließen, weil sie in erster Linie Araber sind und wollte einen arabischen Großstaat haben, hat sich auch oft mit Israel angelegt und so weiter. Das hat jetzt für die Christen, ja, sag ich mal, Vor- und Nachteile gebracht. Denn natürlich, wenn man sagt, nein, die Religion ist zweitrangig, es ist wichtig, dass wir alle Araber sind, das kommt aber in Konflikt mit dem Selbstverständnis vieler Christen, vieler Kopten, der auch der damaligen Zeit und auch heute noch, die sich nicht als Araber unbedingt sehen oder zumindest nicht in erster Linie als Araber, sondern deren Identifikation, Selbstidentifikation in erster Linie das Christentum ist. Und das ist natürlich dann im direkten Kontrast zu jemandem, der sagt, Religion ist völlig unwichtig, wir sind alles Araber und wenn dann halt eine Religionsgruppe sagt, naja, nee, wir sind nicht unbedingt Araber, wir sind in erster Linie Christen. Also auch damals schon Konflikte vorprogrammiert. Das heutige Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche ist Papst Tavadros II. Das ist ganz interessant, wenn man Papst hört, denkt man natürlich zuerst mal an den Papst in Rom, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, aber Papst ist auch der offizielle Titel des obersten Priesters und Anführers der koptisch-orthodoxen Kirche in Ägypten. Heute sind die Kopten dem Gesetz nach in vielen Teilen den muslimischen Ägyptern gleichgestellt, aber es herrscht immer noch viel Diskriminierung, gerade im Alltag. Also ein ägyptischer Christ, der zum Islam konvertiert, der hat praktisch keine Probleme im Land, aber wenn ein Muslim in Ägypten zum Christentum bekehrt, das kann einige Probleme mit sich führen, allein schon wenn es darum geht, einen neuen Ausweis zu beantragen und so weiter. Es gibt leider, leider, leider immer wieder Gewalt gegenüber den Kopten. Das hat besonders zugenommen, wie man liest, unter der Zeit, als die Muslimbrüder in Ägypten geherrscht haben, also nach dem ägyptischen Aufstand, dem arabischen Frühling, als zum ersten Mal demokratische Wahlen in Ägypten waren und die Muslimbrüder unter Morsi an die Macht kamen, da hat die Verfolgung und Unterdrückung der koptischen Christen leider wohl zugenommen. Es gibt die Berichte von sehr vielen Entführungen von jungen koptischen Frauen, Vergewaltigungen, Zwangsheirat, was nichts anderes als Sklaverei ist und so weiter. Also da sind die Zahlen natürlich nicht ganz sicher, aber man sagt mindestens 500 koptische Mädchen wurden entführt und irgendwie zwangsverheiratet. Es gibt regelmäßig Anschläge auf die Kopten und viele Kopten waren deswegen Befürworter des Militärputsches gegen die Muslimbrüder. Nach diesem Putsch, nach diesem Putsch, in dem die Muslimbrüder von der Macht entfernt wurden, kam es zu pogromartigen Ausschreitungen gegenüber den Christen in manchen Städten in Ägypten. Es gab Übergriffe, Menschen wurden getötet, Kirchen wurden angegriffen und so weiter. Und die Welle des Terrors gegen Kopten, die hält leider bis heute an. Also 2016 gab es ein großes Massaker an Christen in einem Stadtteil von Kairo, 2017 in Alexandria ein Anschlag in Minja und das sind jetzt nur ein paar, die mir gerade spontan einfallen. Es gab viel, viel mehr und es wurden hunderte von koptischen Christen getötet, von Islamisten, unter anderem vom Islamischen Staat, der ein ganz ekelerregendes Video auch aufgenommen hat, in dem er koptische Christen, die er in Libyen gefangen genommen hat, am Mittelmeer enthauptet hat. Also die Situation der Kopten, die eine 2000 Jahre alte Geschichte in Ägypten haben, die ist auch heute leider alles andere als gut. Das war jetzt meine kurze, kurze zusammengefasste Übersicht über 2000 Jahre christliche Geschichte in Ägypten. Wenn euch das gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn ein neues Video hier auftaucht. Ich hoffe, dass ich es gerade zweimal die Woche schaffe etwa. Und wenn euch eine Idee kommt, was für ein Video ihr hier gerne mal sehen würdet, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.